80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen leben zu Hause und werden von Angehörigen versorgt. Lediglich ein Viertel bekommt Unterstützung durch einen Pflegedienst. Die Last der Pflege liegt also auf den Schultern der pflegenden Angehörigen, die diese Tätigkeit im Durchschnitt 43 Stunden pro Woche ausüben. Und diese Menschen unterstützen wir. Unsere Fachstelle für pflegende Angehörige berät rund um das Thema Pflege und steht Angehörigen während der gesamten Pflegezeit mit Rat und Tat zur Seite. Unsere ehrenamtlichen Alltagsbegleiter entlasten pflegende Angehörige, sodass diese einmal Zeit für sich selbst haben. Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie Hilfe brauchen oder sich engagieren möchten.